Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Heute machen wir einen zweiten Teil von 15 Minuten Qigong und ja, ich hoffe ihr könnt euch ein bisschen entspannen, lauscht ein wenig meine Worten, aber schließt auch zwischen durch die Augen, damit ihr ein bisschen zu euch kommen könnt und eure Mitte ein bisschen zentrieren könnt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir atmen langsam in unserem Bauch ein und aus und kommen zur Ruhe und entspannen unsere Muskeln. Unsere Atmung gleichmäßig und ruhig. Wir lassen unsere Gedanken ziehen und konzentrieren uns auf unsere Körpermitte. Wir kommen langsam wieder zurück zur Mitte. Beim Heben einatmen und beim Runtergehen langsam wieder ausatmen. Beim Heben Spannung im Körper aufbauen und beim Runtergehen entspannen. Macht die Bewegung nach eurem eigenen Atemrhythmus und beim Rechter schließt die Augen. Saat Jonche und Junge! Sen Nummer reluct là ausbauen! Lausischen Kontakt stehen направ zum Rückenee! Un reflectivieren! Donc, ich kann euch dann. Ich Ioan Torn. Und da. Wenn, verdammt in deinen Durchs,, Spannung ist wenn ihr sofort für gerade geht, er ist immer wieder einmal. Du bist so medicine pend Beatles zu sehen. Vielen Dank. Wir kommen langsam wieder zurück zur Mitte. Wir heben unsere Atmung über den Kopf und öffnen zur Seite. In der Mitte atmen wir ein und beim Unterheben ausatmen. In der Mitte atmen wir ein und beim Unterheben ausatmen. In der Mitte atmen wir ein und beim Unterheben ausatmen. Und beim Unterheben langsam ausatmen. In der Mitte atmen wir ein und beim Unterheben ausatmen. In der Mitte atmen wir ein und beim Unterheben ausatmen. In der Mitte atmen wir ein und beim Unterheben ausatmen. In der Mitte atmen wir ein und beim Unterheben ausatmen. Gleichzeitig öffnen. Dabei einatmen. Handgelenke setzen und nach vorne schieben und ausatmen. Schultern bleiben entspannt. Einatmen. Handgelenke setzen. Handgelenke setzen und ausatmen. Wie er in seinem eigenen Atem rücken muss. Und wer möchte, schließt die Augen. Handgelenke setzen und ausatmen. Und wer möchte, schließt die Augen. Und wer möchte, schließt die Augen. Und wer möchte, schließt die Augen. Einatmen. Kommt langsam wieder zurück zur Mitte. Zwischendurch nochmals lockern. vorne ein Ball, vorne raus gehen, dann nach oben und unten drücken und dabei zur Seite schauen und gehen zurück. Dann heben, einatmen, dann runter gehen, langsam ausatmen. Dann heben, einatmen, dann runter gehen, langsam ausatmen, dann runter gehen, dann wieder rein. Dann heben, da raus gehen, dann gehen also runter. Wir formen die Hände rund und gehen nach oben und schieben nach vorn. Dann heben, einatmen, Spannung im Körper aufbauen und Bein nach vorne schieben, ausatmen. Jeder hat seinen eigenen Atemrhythmus und wer möchte, schließt die Augen. Dann heben, einatmen. 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 Dann heben, wieder einatmen. Und auf dem Weg langsam ausatmen. Dann heben, einatmen. Dann heben, einatmen. Dann heben, einatmen. Dann heben, einatmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir nehmen die Hände seitlich und drehen. Ganz langsam und ruhig dabei atmen und dann leuchte Schüss die Augen. Ganz langsam und ruhig dabei. Ganz langsam und ruhig dabei. Ganz langsam und ruhig dabei. Und komm langsam wieder zurück zur Mitte. Die Hände heben und auch euren Kopf zuführen. Dann schließt ihr die Augen und lass die Hände langsam vor eurem Körper nach unten gleiten in mehreren Atemzügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir lassen die Augen geschlossen, kommen langsam zurück zur Mitte und legen die Hände auf den Unterbauch. Wir kommen langsam zur Ruhe, der Atem wird ruhig. Wir entspannen die Muskeln. Okay, wir müssen lockern. Das Aufladen. Am Ohr im Land kneten, von oben nach unten. Dann einfach mal den Nacken massieren. Mit der linken Hand. Mit der rechten Hand, die linke Schulter. Über den Armen runden gehen. Abschreiten. Mit der linken Hand, die rechten Schulter. Nach unten gehen. Nach der Aufladen. Und danach. Kräftig medizinieren. Ritten nach beiden in den Hand. Vorder. Innen. Außen. Linke Arten. Rechte Arten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.